So Leute, herzlich willkommen zu einer nächsten Folge. Nun, wie wir am Ende der letzten gesehen haben, hängt da was runter. Eigentlich sollte das der Moment sein, wo wir jetzt dann erst sehen, oh mein Gott, was ist das? Aber der... Zu Fuß. Zu Fuß. Zu Fuß, aber wir können wahrscheinlich damit arbeiten. Wir haben einen verdammten Train. Das Ding ist nicht voller Milch, Charles. Das ist Gas oder Diesel. Was, das wird explodieren. Du musst dich an sich. Das ist eine Crew hier. Das Team. Das Team ist aber ganz schön klein. Das ist nicht schade. Das? Yo, du schreienst so, du wirst dein Gesicht ausgelöst. Sind Sie alle in Ordnung? Wir könnten einfach gehen. Okay. Who the fuck is this? We'll see. You guys got a problem with your train? Yeah, you're standing right in front of it. Dude, it's a wreck. It's not so bad from up here. Send your buddy up to have a look. Anything goes sideways up there. We won't let them escape. Ja, bleib doch mal geschmeidig. Was soll da schon schief gehen? Doch alles... Alles cool. Toll. Klasse. A group of guys is what we need. They're what you think we need. We're doing fine. For now. What about when... Stop it. Hey dude, I'm Omid. Lee. Christa. What's to deal with the train? We're driving it. Oh man. Ja. You want to help us out? We could use some able bodies. We could use some help. We could use some help. We could use some help. Oh shit. God damn. You guys have a kid. What are you doing up here? Do you know how long it's been since I've seen a kid? Shit. What's your name? Clementine. Oh, so he gets to swear. This is great. See? Things are looking out. Yeah, yeah, yeah. You down there? It's that obvious? To me. And no, he's not down there. Huh. What's your story? Uh. I came across Clementine alone. First day all of this happened. We've been together ever since. And everybody down there. They're cool? Not klar. Kenny lost his wife and kid. Man. How long ago? What time is it? I don't know. Uh, four? Maybe two hours ago. God damn. Tja. We're sorry for anything that's happened to us. We were warm here. That tank is a real problem. We'll help you with it. But if we see anything we don't like, we're moving on down the road. Alone. We'd appreciate it. We can't just blast through it, I guess. It's all good. All good. It's all good. It's all good. We'll come down and settle in and see if we can help. Yeah. So, lass mal kicken. There's no way I'm pulling in anything apart down there. There's no way I'm pulling in anything apart down there. Okay. Ah, a paar Straßenschilder. Das ist doch mal schön. Ah. Klebeband. Ja. Wäre auch schon komisch, wenn das nicht leer wäre. Generator. Alles leer, alles leer, alles leer. So, lass. Was ist ja das Ding? Ah ja, dann kommen wir da runter. Ah ja, dann kommen wir da runter. Okay. Das ist natürlich toll. Wir gucken, ob es vielleicht mit dem Klebeband geht. Oh, oh, oh. Ne. Natürlich nicht. Let's go talk to your people, man. Oh, me? What? What? Am I gonna have to tell your people the plan or what? Am I gonna have to tell your people the plan or what? Scheiße. Ja, dann leckt es mich doch am Ärmel. Jetzt muss ich das auch noch alles selber machen. Das sagt der Landstreicher, der mir mitgenommen hat. Why? Das ist auch gemeinisch. Dann why don't I show you how this thing works, in case something happens. Really cute? It's probably for the best. Someone might want to have a look inside of that station back there too. Sounds great. Let's do this thing. What do I do now? This would create one hell of a fireball if we tried to blast through. So, who would be the best? A fireball or so? Let's go first to the road, maybe we can find something like a fireball. Can I follow you over there? You don't like the new girl? I do. But it's like we're a team. Genau. Das ist schön. Jetzt schauen wir uns den Zug mal an. Äh, den Zug, den Bahnhof mal an. Aber blöderweise habe ich nur eine Knache. Survivors inside. Da war vielleicht mal jemand inside. Okay. Aha. Alter, wie viele tausend Dinge haben die da dran? Okay. Outer Parts. Das setzt natürlich gar nicht so schlecht an. Ja, was ist denn das der? Äh. So ist es aber rein. Alles klar. So, Leute. Nur die Frage. Das sind ja angeblich Survivors inside. Die Frage, wie kommen wir da rein? Alter. Äh, hallo. Ah, da hinten ist eine Treppe. Gerade war ja schon gedacht. Hä, wie soll ich denn da runterkommen? Warum schleicht denn der eigentlich so? Okay. Alter. Geht du zur Seite, ich drehe sie ein. Ho, 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 ho. So, erstmal. Ich könnte sie einrennen, aber die Frage ist halt nur, was ist drin, ne? Egal. Oh, aber... Ich kann's nicht sehen. Äh. Okay. So sieht es, wie das Ding hat in Jahren gearbeitet. Das ist natürlich wieder alles so richtig... ...saugut irgendwie. Hat die vielleicht irgendeine Idee? Ja, klasse. Oh, da oben. Ja, kommt immer drauf an, was da drin ist. Das Fenster ist aber irgendwie weiter offen jetzt, ne? Okay, ich kann's nicht sehen. Aber was mache ich jetzt? Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Er hat viele kräfte und Sachen. Vielleicht können wir einen Kuss finden, oder herausfinden, um diese Tür aufzunehmen. Kenny würde wahrscheinlich haben mich eine Kuss zu holen. Was, eigentlich, jetzt wir haben die Zeit. Ich denke, ich habe es öffnet. For reale? Ich denke, so. What? Ich werde mich verletzt. das ist natürlich Weltklasse na dann ich bin immer vorsichtig, kennt mich doch toll damit irgendwas ein bisschen auf der Halle hier gut so, klein gut, was brauchen wir? etwas, das hilft uns, mit dem Tanker da zu lösen was haben wir da? das ist genau das, was wir brauchen da? ja, wir brauchen da rein und die Bluttorche wir kennen das als Schneidbrenner, aber nicht Lötlampe so toll alles verrammelt und verriegelt hier ja, irgendwie schon ja, es sind schon glückliche Zufälle, hm? so, komm her, Mädel schmeißen wir dich wieder drüber äh gar nicht cool Clem, das ist deine Chance da ist jetzt wieder gedrückt und gekämpft ja, das ist ja, wir haben Alles wird gut Oh shit Verdammt Ja genau, verdammt Es ging nicht so gut, aber wir sind okay Alles ist okay Was ist passiert? Ich dachte, ich habe einen Schuss gehört Wir sind gut Überall Tote Ja, so sieht es aus Was, wenn du nicht? Ich habe alle drei umgelegt Ich hoffe, du wirst wissen, was du mit ihr machst Geh du mal raus und klotz erstmal an, du Ja, ja, ja Immer dieser Stress hier mit den komischen Übelst Kleine Was haben wir gelernt? Marschle Jetser Ja, ja So, nehmen wir mal das Ding mit Halalala Ja, genau Und da haben wir viel Business da So ist das doch schön So Ne, die liefen echt nicht gut, wenn man sich das so anguckt Was war es schon, oder was? Ja Was war es schon, oder was? Das hier Und schneiden wir mal das Ding los Ja, so Gehen wir mal das Ding los schneiden Das Ganze aber erst in der nächsten Folge Bis dahin, macht's gut und haut rein!